moin und hallo herzlich willkommen zum neuen coolen unboxing video von mir für euch heute mit dem trainier nova noise kanzling war alles kopfhörer set ihr seht die dinger sind in einem ganz dunklen edlen blau am start und wenn man es jetzt normal im normalen licht betrachtet finde ich sieht es sogar schwarz aus nur wenn es sehr stark beleuchtet ist kommt der blaustich ein wenig vor also sehr cool qualcomm aptx adaptive sound hier am start das heißt wir haben sechs mikrofone cvc 8.0 also 8.0 für anruffunktion denn dieses headset diese earbuds diese true wireless ohrhörer true wireless also komplett kabellos bedeutet in dem fall dass auch keine kabelverbindung zwischen beiden earbuds besteht sondern sie komplett autonom autark operieren können deshalb true wireless und sechs mikrofone das ist jetzt gerade eine sehr gute technik um hintergrund rauschen geräusche gelaber etc was ihr nicht von euch selber wollt wird nämlich herausgefiltert sehr sinnvolle funktion finde ich wir haben hier am start bluetooth 5.3 ohrhörer das heißt also die einer der neuesten bluetooth technologien die natürlich dadurch auch eine höhere reichweite und schnellere wiedergabe mit sich bringen können multipoint verbindung bedeutet dass wir dort zum beispiel ein ipad oder ein tablet mit bluetooth adapter mit den geräten verbinden können und dann noch unser smartphone als beispiel als zweites und dann können wir ganz schnell zwischen beiden devices hin und her springen und müssen sie nicht wieder umständlich abmelden anmelden abmelden anmelden sondern wir können zwischen zwischen diesen beiden systemen wir haben 32 stunden spielzeit pro earbud das heißt also wir haben da schon so vier tage spieldauer wenn ihr an den normalen arbeitstag denkt und natürlich müssen wir zwischendurch immer wieder aufladen aufladen funktioniert durch die durch das case was dabei ist das ist ein case mit einem klappmechanismus dort drin ist ein akku verbaut den wir über ein usb c kabel wieder mit energie versorgen können und darüber geht die energieversorgung wenn die earbuds nicht in verwendung sind dann automatisch in stock sehr sinnvoll gebaut einfach in der anwendung weil wir können sie darin lagern weil earbud sind immer sehr klein die verliert man gerne ganz schnell wenn wir die aber ins case packen sind sie dort sicher und werden gleichzeitig aufgeladen dann haben wir eine app anpassungsequalizer das heißt wer den normalen sound der über euer gerät wiedergegeben wird sprich über das smartphone dann der equalizer des smartphones wird ja ganz normal benutzt zum beispiel und wem das nicht zusagt der kann auch in einer app anpassungssoftware gehen das heißt also auf android basis oder auf iphone basis oder ios gerät gibt es dort eine app für die ihr dort nutzen könnt um dort eure persönlichen equalizer einstellungen vollziehen zu können außerdem könnt ihr in der app natürlich auch sehen den ladestatus der geräte der qualcomm qcc 3072 soc liefert in kombination mit der aptx adaptive audio technology eine außergewöhnliche klangqualität mit verbesserte klarheit und minimaler verzerrung so dass wir vollständig in unsere lieblingsmucke zum beispiel eintauchen können die ohrhörer werden von einem dynamischen 12 mm driver also lautsprecher angetrieben der tiefe beste sowie klare mittel und klare höhen überzeugen kann die hybrid agency und transparenz modus bringen uns noch mehr das heißt wenn von außen gewünscht also kommunikation mit der außenwelt gewünscht ist können wir durch die touch steuerung dies ganz einfach aktivieren das heißt also die musik wird dann die geräusch unterdrückung die musik wird dann nicht ausgeschaltet aber die geräusch unterdrücke im äußeren bereich wird ausgeschaltet und wir können dann zum beispiel mit einem mit einer person kommunizieren während wir die earbuds anhaben sehr sinnvolles modi finde ich transparenz modus rockt wirklich cool denn man ist nicht mehr abgeschottet von der welt was man ja bei musik genuss haben möchte kann aber dann in den transparenz modus gehen und dort ist man dann auch wieder dabei und kann dann mit der außenwelt kommunizieren ohne probleme die geräusch unterdrücken verfügt über hybrid agency technology das heißt die umgebungsgeräusche werden um um bis zu 43 dezibel reduziert und dadurch können wir so eine ruhiges und ungestörtes höher erlebnis erleben egal wo wir uns befinden das heißt also selbst wenn der presslufthammer in der nähe ballert mit 140 dezibel werden wir den presslufthammer danach nur noch mit ungefähr 100 dezibel wahrnehmen müssen das ist eine sehr gute funktion das ist jetzt natürlich ein krasses beispiel normales gelaber liegt ja bei ungefähr 50 dezibel wenn das dann runter genoist cancelled wird haben wir wirklich höchstes noch ein ein flüstern was wir da noch wahrnehmen werden ausgestattet mit einem transparent modus der es uns ermöglicht die außenstimme in auge zu behalten und mit unserer umgebung dann in verbindung zu bleiben er bietet die möglichkeit zwischen geräusch isolierung und umweltbewusstsein zu verwechseln so dass wir problemlos in jede situation unsere earbuds anpassen können die integration von sechs mikrofonen und den qualcomm cvc 8.0 enz ermöglicht eine klare kommunikation auch in lauten umgebungen und ermöglicht es eine präzise sprachaufnahme und präzise geräusch unterdrückung zu wählen darüber hinaus gibt es noch ein rückkoppelungs mikrofon dies reduziert die windgeräusche die um uns herum ja natürlich passieren alleine schon wenn ihr gerade im workout mode sein und so richtig am ablaufen sei zum beispiel kommt ja dadurch schon ein windgeräusch zustande dann ist ganz klar man sich mit 50 60 km h so durch die läupe bewegt dann wird das mal ein bisschen ballern dadurch werden natürlich störende wirkung von böen und brisen minimiert und dies wird auch wieder zu einem klaren und unterbrechungsfreien audioerlebnis führen dann haben wir die kopfhörer unterstützen multipoint verbindungen so dass diese sich gleichzeitig mit zwei geräten pairen sprich verbinden können und wir bekommen dann den komfort eines problemlosen gerätewechsels easy peasy hin weil zwei geräte sind gepaert wir können es an beiden geräten benutzen und dann haben wir eine schnelle wechselung wenn es von nöten ist bluetooth 5.3 sorgt für eine stabile und sehr schnelle übertragung bei geringer stromverbrauch deshalb können sie auch so lange durchhalten und wir können einfach das gehäuse öffnen um das gerät dann wieder wenn wir es das erste mal gekoppelt haben wieder zu verbinden und zwar automatisch also ihr nehmt es beim ersten gebrauch aus dem case heraus ihr seid auf dem smartphone als beispiel im bluetooth setup drin und nach sekunden wie ihr gesehen habt wird das gerät dann dort auf poppen und ihr könnt es auswählen dadurch peert sich dieses gerät miteinander und wenn wir es dann wieder weg tun ins case entpeert es sich damit ist kein strom verbraucht wenn wir es dann beim nächsten mal wieder herausholen wird es sich innerhalb von sekunden wieder koppeln und wir können es direkt nutzen so genießen wir das ganz einfach schnell und peasy easy wir genießen die kopplung in einem schritt mit dem mit der hall switch technology wir können aber auch die trania audio app herunterladen t r a n y a audio app damit übernehmen wir die volle kontrolle über die einstellungen unserer bluetooth kopfhörer und passen sie in ein audio erlebnis mit unseren speziellen bedürfnissen über die app an zum beispiel können wir ein equalizer dort nutzen der dann die höhen und tiefen die besten hervorrufen kann oder wir sehen wie viel power doch die alle komponenten haben verschiedene geräusche unterdrückungsmodi können wir auswählen und darin auch wechseln das geht aber auch alles über die touchsteuerung rechts und linker kopfhörer wenn wir draufklicken wird es lauter einmal wenn wir zweimal draufklicken wird dann der nächste track abgespielt wenn wir längere zeit gedrückt halten wird entweder der transparenten modus der game mode oder der geräusche unterdrückungsmodus aktiviert wir definieren so dass touch control easy peasy an den start ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun